Hi, zu dieser neuen Folge Forge of Empires. Es sind wieder zwei Wochen rum, es ist einiges passiert, allerdings nicht nur Positives. Dazu kommen wir allerdings während des Videos. Ich fange jetzt erstmal an mit dem, was ich so gebaut habe in diesen beiden Wochen. Das ist nicht allzu viel, allerdings habe ich meine ganzen Militärgebäude abgerissen bis auf das Agentenversteck. Denn ich habe ja das Alcatraz gebaut und das produziert mittlerweile sechs unabhängige Einheiten, denn das ist auf Stufe 7, steht kurz vor Stufe 8. Ich will das wie gesagt noch auf Stufe 10 bringen, dauert allerdings noch ein bisschen. Und diese sechs unabhängigen Einheiten, die ich produziere, sind mittlerweile Agenten, nur noch Agenten. Denn dadurch, dass ich die Militärgebäude alle abgerissen habe bis auf das Agentenversteck, produziere ich täglich eben nur noch sechs Agenten. Und die beste Möglichkeit zu gewinnen, also ein Kampf natürlich, ist eine Einheit und sieben Agenten. Grund dafür ist ganz einfach, dass Einheiten den ersten Hit, den sie bekommen vom Gegner, einstecken ohne Schaden zu bekommen. Dann verwandeln sie sich im Prinzip in eine andere Einheit, die in meiner Armee auf dem Spielfeld ist. Das heißt, diese eine Einheit, die ich noch auf dem Spielfeld habe, die schicke ich am Anfang immer schon gleich in die Ecke, bis die Agenten sich verwandeln und dann greife ich erst mit der Einheit an. Das heißt, ich habe dann acht Einheiten, die noch keinen Schaden haben, aber der Gegner ist schon so gut wie tot. Das ist eine sehr gute Möglichkeit, wie man mit sehr, sehr wenig Schaden und vor allen Dingen sehr, sehr wenig Toten aus Kämpfen rausgehen kann und die Gildenexpedition optimal meistern kann. Das habe ich jetzt also vor ein paar Tagen gemacht. Im selben Atemzug habe ich natürlich noch so ein bisschen umgebaut, weil ich dann eben viel mehr Platz hatte. Habe dann auch noch zwei Güterproduktionsstätten gebaut und einmal eine Luxusmaterialienfabrik und einmal eine Verpackungsfabrik noch. Jetzt habe ich von beidem zwei und hoffe, die Güterproduktion geht jetzt wesentlich schneller schon. So, dann kommen wir doch auch gleich mal zu den negativen Sachen, die die letzten zwei Wochen passiert sind. Und zwar ist das letzte Wochenende eine meiner Festplatten abgeraucht. Beziehungsweise eigentlich ist nur ein Chip auf der Platine der Festplatte abgeraucht. Das heißt, ich habe momentan keinen Zugriff auf die Daten. Ich versuche es irgendwie die nächsten Wochen hinzukriegen und die wieder zu reparieren und an die Daten wieder ranzukommen. Ich habe aber keine Ahnung, ob das funktioniert und wann es funktioniert. Von daher verzeiht mir bitte noch, wenn in nächster Zeit ein paar weniger Videos kommen. Ich hatte echt einen Tag vorher haufenweise Videos aufgenommen von verschiedenen Spielen, die ich eigentlich die darauffolgenden Tage veröffentlichen wollte. Ich komme jetzt allerdings nicht mehr ran. Vor allen Dingen waren auch die Materialien für das nächste Tutorial. Forge of Empires Tutorial, was rauskommen sollte da drauf. Und das ist echt mies. So, jetzt kommen wir allerdings wieder zu den positiven Sachen, denn ich muss natürlich auch wieder ein bisschen was über die Gilde erzählen. Wir sind mittlerweile Stufe 3, stehen kurz vor Stufe 4 und bewegen uns sozusagen immer weiter in Richtung Stufe 10, wo es den ersten Forgepunkt gibt. So, das war das Erste. Allerdings sind wir mittlerweile auch über 40 Mitglieder. Das muss auch mal erwähnt sein. Wenn ihr mitspielen wollt, könnt ihr uns gerne beitreten auf Langendorn. Die Gilde heißt Zock Nation, steht auch in der Videobeschreibung. Ich bin Falke Nummer 1 und ja genau, wir spielen auf Langendorn. Allerdings muss ich auch dazu sagen, es werden die nächsten Tage vielleicht so 2-3 Leute wieder rausfliegen. Denn unsere einzige Bedingung momentan ist fairer Handel. Wobei, von mir aus könnt ihr auch unfair handeln. Allerdings werde ich euch dann eine Nachricht schreiben, dass ihr es bitte machen sollt. Und dafür fliegt ihr allerdings noch nicht raus. Wofür rausfliegt? Inaktivität über 7 Tage. Ohne Abmeldung. Also ihr könnt euch gerne auch mal 2 Wochen abmelden, wenn ihr sagt, ihr habt mal keinen Bock auf Forge of Empires. Allerdings sollte eben eine Abmeldung sein. Wenn nicht, dann ist das ziemlich lang in Aktivität. Ich meine, man kann ja wenigstens nochmal einmal in der Woche oder so online kommen. Forge of Empires gibt es schließlich auch für Smartphone. Soweit erstmal gesagt. Also die Zahl wird nochmal ein bisschen runtergehen die nächsten Tage. Aber man muss auch das Positive sagen. Wir haben diese Woche auch 30 Mitglieder gehabt, die sich da an der Gildenexpedition beteiligt haben. Sie haben nicht die kompletten Stufen durchgespielt. Wir haben diese Woche auch bloß Stufe 2 freigeschaltet aufgrund des Gütermangels. Allerdings haben sie sich beteiligt. Und das ist schon mal sehr viel wert. Und dafür ein Danke an euch alle. Ich habe auch eine Gildenleitung sozusagen erstmal aufgestellt. Dazu gehören jetzt 2 Leute, die ich euch hier mal einblende. Auch ein Danke an die, die mir ein bisschen Arbeit abnehmen. Und ich muss dazu auch sagen, das sind auch diejenigen, die mit am meisten Fortschritt gezeigt haben in den letzten 4 Wochen, wie die Gilde jetzt existiert. Allerdings haben wir auch ganz viele andere Leute, die Fortschritt gezeigt haben. Wir haben mittlerweile über 10 Leute, glaube ich, die über 10.000 Punkte schon haben. Und das ist echt cool für 4 Wochen. Ihr seid klasse, echt. Macht weiter so und dann werden wir immer schön weiter wachsen. Allerdings, wie gesagt, es können leider nicht alle in der Gilde bleiben. Zumindest nicht die, die zu lange inaktiv sind. Und ansonsten könnt ihr uns, wie gesagt, sehr gerne beitreten. Ich würde sehr gerne mit euch spielen. Ich habe diese Woche übrigens die Gildenexpedition leider auch noch nicht komplett gespielt, obwohl wir nur 2 Stufen freigeschaltet haben. Da ich nach dem Ding mit der Festplatte einfach irgendwie keine Lust hatte. Und auch irgendwie nicht wusste, wo ich dann die Daten oder die Videos speichern soll. Weil das war so, die halbe Gildenexpedition war vorbei. Ich wollte die dann noch zu Ende spielen. Habe sie zu Ende gespielt, habe das aber nicht aufgenommen. Weil ich dachte, das bringt es dann eine halbe Gildenexpedition in das Video mit reinzunehmen. Und dann habe ich nur die neue aufgenommen. Ich hatte aber eigentlich keinen Bock, das zu machen, weil die Festplatte kaputt war. Und ich wusste nicht, wo ich das speichern soll. Ja gut, ich hätte es auf meiner jetzigen Festplatte noch speichern können. Aber das wäre alles so scheiße gewesen. Und darauf hatte ich eigentlich irgendwie keinen Bock. Und dann habe ich es aber trotzdem gemacht. Und deswegen allerdings nur so wenig Material. Weil ich eben ziemlich spät angefangen habe. Und ziemlich wenig Güte habe momentan. So einen kleinen Gütermangel. Und ich muss noch Güter sammeln sozusagen. Oder tauschen lieber. Und kämpfen ist auch nicht. Ich habe noch nicht so viele Agenten. Ich muss also noch Agenten sammeln. Wie gesagt, ich habe erst vor wenigen Tagen die Kaserne abgerissen. Das sammelt sich jetzt so in den nächsten Tagen hoffentlich zusammen. Und dann werde ich sehen, wie es weitergeht. So, dann habe ich noch eine kleine Ankündigung für das nächste Video in zwei Wochen. Denn ich kann euch wieder einen kleinen Hinweis geben. Beziehungsweise, was heißt ein kleiner Hinweis? Ich sage es einfach so, wie es ist. Nächste Woche wird es ein kleines Weihnachtsgewinnspiel geben. Die Gewinner werden dann übrigens an Weihnachten ausgelost. Genauere Informationen kriegt ihr allerdings erst im nächsten Video. Dort sind dann auch natürlich wieder alle Teilnahmebedingungen drin. Und dann würde ich mich freuen, wenn wieder so viele Leute wie möglich mitmachen. Damit das wieder ein sehr spannendes Ding wird. Wer die Diamanten gewinnt, es wird wieder Diamanten geben. Und mehr sage ich aber noch nicht. Und dann würde ich sagen, freue ich euch auf das nächste Video. Bis in zwei Wochen. Und bis dahin. Ciao. Ciao.